Hey, meine Rabauken, sicher kennt ihr die Portal Gun in Minecraft. Wir sind heute in einem Testlabor, um herauszufinden, wie das ganze Ding genau funktioniert und was für fette Möglichkeiten wir damit haben. Zusammen mit Orson Malensky zu dem... Äh, Orson... Binsky, moin moin! Zu dem Binsky. Ja, mit zwei Portal Guns. Einmal einen auf diesem Ständer, das kann ich dir nachnehmen und hier haben wir das Crafting-Rezept. So craftet man die nämlich mit einem Mediatur-Schwarzen-Loch und verschiedenen anderen Sachen, aber wir müssen... Leute, ich liege da chill, aber wir müssen natürlich nicht craften, wir haben das Ding hier ja schon fertig. Bangs Portal Gun. Bangs Portal Gun. Tada! So, wir sollen das machen, also die erklären uns hier alles, die Wiener, okay? Zuerst sollen wir G drücken um den Gravity Gun, also um irgendwie so ein... Warte, ich glaub, da kam man, warte. Ah, siehst du das? Ja. Die Wiener verkackt direkt. Ah! Was passiert, wenn die kollidieren? Nix. Nix. Alter, der Wolf ist akko, was mit ihm, Alter? Der soll mal chill. Ey, chill mal. Wiener, ich zeig dir mal was. Guckst du? Ja. Das sieht übel wack aus. Macht es auch mal? Oh, Alter. Das sieht übel wack aus. Mach mal schneller, Elina. Du musst die... Haha. Alter, ich hab diesen TikTok-Sound. Okay, wie kann ich das nicht wieder fallen lassen? Okay. Hammer gemacht. Oh, jetzt kehrt der die, Elina. Nein, der ist ganz nett. Der will nur mal schnuppern. Okay. Weiter geht's. Das war Feature Nummer 1 mit der Portal Gun. Aber jetzt beginnt, glaube ich, jetzt wird's kompliziert, Alter. Okay, R. Okay, mit R kannst du die Portale resetten. Jetzt müssen wir uns hier... Warte mal. Was standen hier auf dem Schild? Äh... Wir müssen es bis zum Ende des Gangs schaffen. Eieieiei, wie machen wir denn das, Alter? Ah, warte, 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 ich weiß. Kacke. Was war das denn? Guck mal, ich seh mich selbst. Lol. Aber das war nicht das, was ich... Ah, kann man hier durchschießen? Nee. Oh, Elina, das ist direkt voll kompliziert. Na, wir müssen hier rein, weil die steht doch... Kannst du mal das Portal da wegfahren, bitte? Ich würde mich da gerne hinstellen. Ähm, wir müssen, äh, also diese Trapdoors, diese Dinger fallen. Und damit kannst du dich rein teleportieren, wenn die Druckplatten betätigt werden hier. Ach, lol. Warte. Hier. Ach, die müssen da hinten hin? Ja, moin. Oh Gott, ich hab sie fallen gelassen, falsche Tasse. Nein, guck doch. Du musst die... So? Du musst die dicken Atzen da ran... Ach, nee, nee, nee. Warte, anders, ich hab zu kompliziert gedacht. Oh, leck. Ey, guck mal. Alter. Alter, ich bin hier drin. Komplen. Komplen. Komplen, ich schenke dir eine Kuh. Hä? Nein. Die geht da nicht rein. Ja, okay, du drückst jetzt die Druckplatte. Genau. Und dann kann ich hier nämlich... Da kannst du mal drauf stehen, weil wir da auch... So, warte. Äh, boom und... Warte. Ist nicht so leicht zu treffen. So, jetzt. Ah, siehste. Oh Gott. Aber du musst auch richtig springen. Was passiert mit mir? Du musst richtig springen. Du musst jetzt. Ja. Ich hab nichts gemacht. Nice. Wir sind durch den ersten Raum. Das war ja abnormal. Guck mal, selbst die Kuh hat es schneller geschafft, als du. Ich hab mich gar richtig normal gestellt. Alter, okay, nochmal neu. Okay. Na, das Problem ist, guck mal. Äh, das ist eine Sache, die du nämlich jetzt auch gar nicht wusstest. Du tust nur so. Du brauchst den Boost. Wenn ich jetzt nämlich... Warte. Warte. Hier so ein Portal auf den Boden mache. Ich muss nur treffen. Ich darf mich da in das Portal rein. Ah, jetzt. Wenn ich nämlich aus diesem Portal nach oben flutschen muss, was ich ja muss, weil ich ja von unten komme, muss ich auch hier reinspringen. Verstehst du? Ich spring da immer rein. Das ist ein Portal. Oh. Dann geht... Uuuuh. Nächster Raum. First try. Easy. Bin ich? Hat es geklappt? Ja, es hat geklappt. Du bist gut. Das ist so verwirrend. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist der Vorletzte, ne? Oha, first try. Hast du das gesehen? Boom, Alter. Boom, Alter. Er hat es drauf. Er hat es drauf. Er hat es drauf reden, jo. Und letzter. Hey, das ist verwirrend. Easy. Wie kommst du jetzt raus? Das habe ich mich ja auch gerade gefragt. Joey, die da aus rein. Jo, hau rein. Ja, warte mal. Klingen wir dich irgendwie hier raus. Hey, die Idee. Ich habe eine Idee. Ja. Oh, ja. Oh, wir haben es geschafft. Die Gravity Gun kann auch Blöcke aufnehmen. Okay, right click. Woop. Easy. Easy. Easy, easy. Und schüss, Elina. Hast du eine Wand gebaut? Alter, hau überhaupt. Nice. Oh, es gibt verschiedene Portal Guns. Hey, lass mal lesen. Ach, das ist ne Gravity Gun. Okay, das, aber, äh, okay. Damit kann man Blöcke schießen und Mobs und so weiter und so weiter. Okay, ich crafte wieder meine. Funktioniert so. Also, ne kompliziertes Crafting-Rezept. Wir haben aber. Wow. Es wusste gar nicht, dass es mehrere Portal Guns gibt. Nee, ich könnte nicht hier raus bauen. Nee, du hast es ja gerade gehabt, du Schlinger. So was, man kann jetzt Blöcke schießen. Okay. Wir müssen den Weg klären. Okay, dann gib mal her hier. Ähm. Ah. Ah, das ist die, die wir bei TNT Wars immer benutzt haben. Die ist cool, die ist richtig cool. Du musst diese Felder treffen. Aber eins. Passiert das immer, die trifft? Nee, das ist nur so fest. Doch. Die gehen dann, sind so, die werden dann zu Rahmen. Okay. Dann habe ich noch keins getroffen. Alter, das ist voll schwer zu treffen. Wir haben nicht unendlich Blöcke, Elina. Oh, ich habe eins, ich habe eins. Ich habe schon zwei. Zwei. Der letzte entscheidet. Es gibt nur noch eins, oder? Oh Gott, das ist ja viel zu hoch. Yeah, getroffen. Ey, hast du nicht, Alter. Knapp gewonnen, Leute. GG. Upsala. Hey, wir müssen den Weg jetzt aber noch freimachen. Da hinten ist, glaube ich, eine Tür. Alter. Boah. Alter, wie schnell, ne? Hä? Jetzt bin ich voll durcheinandergekommen. Wie viele Blöcke sind wir doch, ey? Sehe wie viel Portal, ganz ist noch gelostet. Oh, ich habe einen Stein aus der Wand gerissen. Nee, das ist der Anfang. Ach so, deswegen ist da ein Loch. Oh, hier habe ich ganz schön gewonnen. Ah, hier geht es weiter. Wir haben es. Hallo. Oh, jetzt wird es richtig kompliziert, Alter. Oh nein, müssen wir das Wasser wändigen? Ups. Ich habe es so dumm, Alter. Ups, Alter. Hey, ah, Leute. Müssen wir das Wasser wändigen, Alter. Ich frage ja nur so. So. Ich will dein Portal nicht benutzen. Oh, scheiße. Ich habe es ewig richtig gemacht. Alter, es leckt, wie wenn wir zwei Portale machen. Lassen wir nur eins immer machen. Hä? Wie? Ah, oh. Ich sehe. Ah, ja. Einmal durch, bitte. Moin. Wie krass das aussieht. Ich sehe dich einfach laufen jetzt. Jo, Ben. Ich wink dir zu, Alter. Moin, moin. Ich sehe dich. Das ist krass. Okay. Also, auf manchen Blöcken darfst du kein Portal machen. Okay. Also, wahrscheinlich jetzt wie, ne? Hier geht doch. Ach, Glas. Okay, Glas geht nicht. Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt... Ah, Lampen gehen auch nicht. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Aha. Oh. Ah, Lilia, leck. Ich habe es versucht. Nice job. Danke. Alter, wir sind so... Okay, was jetzt? Was ist denn das jetzt? Hier ist irgendwas Grünes. Ah, das ist auch was Grünes. Ah, okay, okay. Wir müssen... Ah, nee, wir müssen... Ah, Momentum. Das ist das, was ich erklärt... Oh. Oh, je, je. Das ist das, was ich erklärt habe. Siehst du? Oh. Nein. Ich bin am Anfang. Momentum. Ach, du heilige Güte. Das geht jetzt. Alter, bin ich besoffen. Ja. Ey, das sieht übelst krass aus. Okay, warte, ich weiß, wo man lang muss. Du kommst hier lang. Wo denn? Aber wo? Jetzt. Scheiße, ich habe verkackt. Ah, ich verstehe. Oh, mein Gott. Okay, doch nicht. Aber es ist übelst schwer, aber es geht gar nicht. Oh, mein Gott. Ja, Leute, ich habe gar nichts gecheckt. Alter, hä? Du bist einfach nur... Ah, zu früh. Dumm. Ich bin dumm, Elina. Warum sterbe ich denn immer? Ich fall einfach straight gerade da unten. Irgendwas, ich weiß nicht. Irgendwas warst du falsch, Alter. Du bist so leicht. Ich habe es. Bum, 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 bum. Bitsch, 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 bitsch. Okay. Eiii, das gibt eine nächste Portalgang. Aber hier gibt es nur eine, Elina. Ey, das ist so verrückt. Ey, was kann dir? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Leute. Stark, Elina. Also, das muss ich dir verschießen. Ähm, da sind sechs verschiedene Portale. Next Challenge. Sechs, wie sechs Portale? Ähm. Hä, hier steht doch ein Schild. Das hast du vorher mal sehen. Hä, ja? Hier sind sechs verschiedene Portale. Warte, jetzt deine Waffe davor. Ich kann nicht... Du kannst insgesamt sechs Portalguns bekommen. Ach so. Wir haben gerade mal drei, Alter. Das gibt ja noch übelst viele. Okay. Aber wird das denn jetzt hier? Aber ich kann dir auch einfach... Ich glaube... Ach, doch nicht. Ich dachte, man kann einfach durchgehen. Ja, es ist also... Ah, warte mal. Vielleicht... Ich habe eine Idee, dass man quasi diesen hier macht. Und dann diesen. Und dann diesen. Nee, ich glaube, das bringt nichts, oder? Wie hast du gerade drei Portale gemacht? Ja, ich habe zwei Portalguns. Ja, wir müssen ja safety benutzen. Sonst hätten wir die ja nicht gekriegt. Ich mache einfach mal einen Test. Gucken, was da passiert. Ah. Passiert nicht viel. Scheiße. Siehst du, was... Ah, warte. Wir können ja um die Ecke gucken. Guck hier, wir gucken um die Ecke. Warte. Da steht ein Schild. Hand through the portal in Sch... Ah. Ah. Aber wie... Vorsichtig, langsam und vorsichtig. Das sieht so bescheuert aus. Nee, es klappt schon. Aber ich muss jetzt da den Sprung auch schaffen. Oh, nee. Das war nichts. Ja, du kannst auch probieren. Versuch mal den Sprung. Was steht denn da auf dem Schild überhaupt? Was steht da? Das Schild ist egal. Du musst einfach nur den Sprung schaffen. Was für ein Sprung? Ja, da hast du diesen blauen Portal. Siehst du nicht das blaue Portal? Das haben nicht wir gemacht. Oh mein Gott. Doch, ich habe das gerade gemacht. Ach so. Ich bin tot. Ich glaube, der ist auch zu schwer. Den Sprung schafft man nicht. Das ist nicht zu schwer. Hä? Der Sprung save ist ja zu schwer. Das ist zu bär. Oh, ich habe... Yeah! Also, ich habe mich gefreut. Das schaffst du auch, Elina. Los. Schade. Oh, so ein Ärger. So ein Ärger. Du schaffst du auch, Elina. Ich glaube an dich. Du musst ganz raus sneaken. Und im letzten Moment dann das Jump. Oh, mein Lieber. Genauso stark gemacht. Hey, warte. Siehst du mich eigentlich? Ja, ich sehe dich. Ach so. Ich glaube, ich habe mich auch unangenehm. Hey, lol. Hey, das war fast. Ja, war ich auch chill. Hey, hey. Ach, weil du die so ein Sterblichkeit hast. Juge, 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 Juge. Egal, zählt auch. Wunder. Äh, paar experimentelle. Place to Paul on the Green Blocks. Jump on the... Oh, cool. Ah, okay. Warte, warte, warte. Oh, das ist jetzt heftig, glaube ich. Alter, unendlich. Warte. Hä, das musst du dir mal angucken, wie cool das aussieht. Warte ich, um so rauszukommen? Okay, bitte. Ja, nice. Aber versuch mal, das sieht übrigens cool aus. LOL. Okay, das sieht auch ein bisschen buggy aus an außen, aber das sieht übrigens aus. Aber von innen ist es cool. Ja, das sieht übrigens cool. Alter. Boah. Jo. Ich nehme mal alle einfach. Ja, okay. Okay, ach so. Äh, warte. Jetzt muss man wahrscheinlich... Wie viele Farben sind das? Sechs, okay. Sechse. Eins, zwei. So viele, wie ich Fingerhaut. Boah, das wird jetzt so leck. Zwei. Oh mein Gott, das leckt so krank. Drei. Boah. Vier. Fünf. Ach, jetzt haben wir quasi so einen Spiegel. Sechs. Und sieben. Hä, aber ich sehe mich gar nicht selbst. Ah doch. Nein. Guten Tag auch. Okay, das... Ja, gut. Das ist schon cool, aber weiß ich nicht, ob das jetzt den Aufwand wert war. Nee, du. Das ist alles. Tschüss, weiter geht zum nächsten Experiment. Damit. Ähm... Ah, okay. You can make your world go... Oh, hell. Man kann die Welt upside down machen. Okay. Dann machen wir das mal, Nina. Da sehen wir die Welt umgekehrt. Upsala. Warte. Das ist nicht umgekehrt. Ja! Das ist echt so. Oh. Hä? Ah, ja. Hä? Nina, stell dich mal... Ich sehe dich. Alter, moinsen. Die letzte. Okay, das letzte Training. Und alles entscheidende Runde. Nein. Das ist jetzt... Mirror... Ah, okay, warte, warte. Ah, na guck mal, wir haben hier ein Badezimmer. Ja, man soll quasi ein Spiegel machen. Ey! Ey! Guten Tag, ihr. Man kann ja mit euch Wände gucken, Alter. X-Ray. Alle echt X-Ray. Du guckst hier gerade in die Darmtolle oder was. Ja. Oder sind die? Ich tue mir leid. Okay, auch sehr, sehr cool. Nice. Ja, du bist geteilt wie meine Magier. Warte, ich will nur einmal was probieren. Das stelle ich mir noch cool vor. Komm mal zurück, Mama. Ja. Hä? Was denn? Bist du von der anderen Sache? Das ist, weil du gestorben bist. Ja, ich gestorben bin. Du hast gerade mit einem Portal irgendwie richtig rückgestockt gemacht. Ja. Pass auf. Weil durch das Eis bist du doch schnell. Pass auf. Ui! Warte, die Sprint. Nee, warte, die Sprint-Taste. Bist du Steuerung. Hä? Warum bin ich so langsam? Hä? Ich bin gerade übel, Zerlöt. Ich dachte, ich bin so schnell, dass ich mich selbst wieder einhole. Yo, Ben, geh mal in mein Portal. Hä? Ist das geiler? Wo ist dein Portal? Äh, einfach auf dem Boden ist das Portal da. Achso. Hä? Guck mal, da siehst du mich. Ja, Alter. Ich hab's überholt. Easy. Nein. Sterbe ich jetzt? Nee, oha. Okay, aber das hab ich mir irgendwie cooler vorgestellt hier mit dem, muss ich ehrlich sagen. Warum ist man so langsam, ey? Wir haben hier ein... Nee, warte mal, das ist vielleicht nicht so gut. Ich will die maximale Rage testen. Wir haben hier so eine Art, äh, Dart-Scheibe oder so. Wir haben das eine Portal hier unten, das andere Portal machen wir auf die maximale Höhe von 256. Das heißt, da müssen wir jetzt mal ein bisschen fliegen. Warte, wir haben doch auch, wir haben doch Zoom. Wartet. Ich treffe, save. Sniper rifle. Hä? Hab ich jetzt getroffen? Nee, ich glaub nicht, oder? Wo bist denn du? Ist da ein Portal unten jetzt rausgeworden? Hier unten ist ein Portal. Also kannst du auch da durchgehen? Ah, ich hab getroffen. Boah, ist das hoch, Alter. Aber es ist nicht ganz hoch. Wir müssen, wir müssen korrigieren. Sprung aus... Easy. Oh, ich lass mich jetzt... Alter, warum fliegst du so komisch? Haut das hin? Oh, das haut hin, ne? Okay, weg, 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 weg. Oh, hä, wie machst du das? Keine Ahnung. Ich bin einfach durch das untere Portal als erstes gegangen. Aber lenkst du in der Luft? Ja, lenk ich's, hey. Ach so. Alter. Hä, ich bin ja übelst weit weggescheppert. Wie soll ich das jetzt noch schaffen? Oh, Alter, du bist ein Profi da drin. Ja, ich bin nicht einmal gestorben. Hey, das ist übelst schwer. No joking. So, jetzt? Er muss eigentlich immer nur S drücken und ein bisschen justieren. Okay, Drew. Jetzt hab ich's, glaub ich, auch raus. Easy. Alter, warum dreht der sich eigentlich immer so komisch? Aber er fliegt richtig weit weg. Das ist der Momentum-Boost. Ach, man darf aber auch nicht zu nah an die Wand. Ja, okay, das ist auf jeden Fall Sprünger aus 260 Metern Höhe. Chillig. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button für mehr Portal Gun Action. Abonniert auch gern den Kanal, würde ich mich auch sehr freuen. Bis morgen, euer Benson. Tschüss. Tschüss.